Wir gehen rein. Und ich weiß auch schon wie. Komm, Maximus, lass uns nicht rumtrödeln. Zwei Bändchen für mich und meinen Sohn, bitte. Ich bin unter 13. Hey, guck mal, Mami, meine Erwachsenenbeine sind gewachsen. Netter Versuch. Steh bitte wieder auf, wir werden angestarrt. Ich bin überzeugt von dieser Idee.